Wo willst denn du hin? Bist ja schon wieder ganz fit. Und jetzt? Noch mehr kann ich meinen Arm nicht verdrehen. Komm mal her, wir setzen dich mal auf eine Hortensie. Ich finde, du bist wieder fit genug. Komm mal her. Wo willst denn du hin? Wo willst denn du hin? Komm mal her. Wie werde ich dich denn jetzt wieder los? Aha, so. Nein, nein, klappt nicht. Die will bei mir bleiben. Verflixt. Komm her, ich muss doch noch was tun heute Abend. Da werde ich mir wohl was anderes einfallen lassen. Da muss vielleicht der gute alte Papier-Drunterschiebtrick herhalten. Na, komm her. Guck mal, tolle Blüten. Ne, keine Chance. Ich habe ein neues Haustier. Hervorragend. Ja, mach dir mal deinen Popo trocken und dann flieg mal ab. Ich habe doch noch zu tun. Buh. 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 Buh.